Hallo und herzlich Willkommen zu einer Runde The Binding of Isaac... ...Growth of the Lamb. Ähm, ja. Ich hab mich mal dann schon entschieden, ein bisschen bei Isaac reinzuschauen, weil ich den kleinen Typ noch irgendwie knuffig finde und den irgendwie mir mitleide, dass er da noch verprügeln wird von allen möglichen Dingen. Ähm, ich hab hier noch nichts freigeschaltet, wie man sehen kann. Weder Eve, noch Judas, noch Sansung, noch was weiß ich, wen es hier alles gibt. Ich bin auch nicht wirklich gut in diesem Spiel. Also bitte, bitte, seid nicht zu hart mit mir. Ähm, ich geb mein Bestes. Ebenfalls hoff ich es. Ich kann allerdings nichts versprechen. Fehler. Rack in the sky. Ah, ey. Ich, ich kenn so ein bisschen das Grund, äh, Ding, was ich machen muss. Aber... Irgendwie hab ich kein Peilsum, muss ich mal weg. So, es ist so immer, dass ich grundsätzlich verliere, also immer. Egal, was ich tue, verliere. Was ist das, eine Puppe? Ich kann diese Puppe. Ich kann diese Puppe. Diese Puppe will Cash von mir. Ich bin eine Puppe. Na gut. Ich bin ein bisschen hier. Lecker, lecker. Wummi. Das ist ein Beimchen. War geil. Welche Puppe hab ich zerbombt? Sehr gut. Ist grad irgendwie leichter als verletzte Wahl. Weiß weiß ich warum. Keine Puppe mehr. Okay, nicht schlimm. Ich versuche vor mir irgendwie so das Wort zu stopfen. Nur Glück gehabt. Bleibt an seiner eigenen Scheiße stecken. Glück für mich. Kann ich ihn grad erst so in Ruhe abballern? Nee, 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 nee. Bleib stehen! Das ist der Parasite. Ja, kack mir doch in den Weg. Ah, du wirst natürlich nur, wenn er mich jetzt fressen will. Jummi, 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 lecker Isaac! Mh, das schmeckt dir, ne? So ein kleiner, trauriger Junge. Da ist der Spaß dran, ne? So ein körniger Misthau-Branden. Ey! Nicht weg! Ich denke, ich bin dein Gegner. Hm, na komm. Komm hier runter zu mir. Pam. Schön für deine eigene Grütze. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Das ist wohl relativ easy, muss ich leider sagen. Er hat es aber auch. Ja, was haben wir hier bekommen? Dogfoods. Diese Biene, da will noch was von mir. Komm. Gibt die Sabine auch irgendwann? Die Fliege? Ah, okay. Ei, ei, ei. Geld! Juhu! Und zack, ab in die nächste Ebene. Oh nein, kein Toilettenpapier im Grabenfall. Ich glaube, niemand würde sich wünschen, auf dem Klo erwischt zu werden, ohne Toilettenpapier und mit der runtergelassene Hose. Wow, was ist das denn hier? Au! Die Frage hat sich gerade erledigt, was das war. Ist das weh? Was? Was? Was schimmert so der Exploder bei einem Thailand? Ja, genau. Kopf ab. Er hat noch nicht mehr Willen nochmal. Schüssel. Da unten ist ein Kampfraum. Ich möchte noch nicht hingehen. Ich möchte diese Spindentheer besiegen. Ich absolut gar nicht, Mark. Fack. Fack your music. Waaah! Don't come near me! I hate you! Fackin' spider! Ich möchte die TNT fast options. So. Woah! Oh, geil. Zwei gekillt. Bleiben noch zwei. Aber wesentlich mehr Spielraum für mich endlich mal. Das ist fast hier. Oh, rock! Okay. Ah, don't touch me. I hate you, ugly spider. Ein Schlüssel. Ich will da rein gehen. Ich will da rein. Au! Küsten! Und noch mehr Spinnen! Ich hasse Spinnen! Auch wenn's nützliche Tiere sind. Boah, blaue Herzen. Geil. Zack, zack. Ein bisschen mehr Leben zu anfangen. Sehr schön. Wollte ich da unten rein gehen? Ich weiß es nicht, soll ich? Ich tue's einfach mal. Okay. So rumzingelt von stinkigen Fliegen. Scheiß aus Fliegen. Natürlich ein Kampfraum, also einen Belohnungstraum, in dem man dann erstmal noch vergrößt. Macht Sinn. Weil's dann wirklich so viel... Oh, das ist noch nicht vorbei. Gut, ich hab aber wieder große Klappe gehabt, bevor ich überhaupt anders hier abgehend will. Oh, die Dinger sind jetzt ein Tick böser. Das sind Möcken, die mit ihrem Buch schießen. Die haben vollgesaugt den Erschbeschießt. Aua. Das war gerade schön bei Mutti-Büten-Saugen, die jetzt schießen auf dem Gesicht. Oh Gott, jetzt kommen ganz viele kleine komische Isaac-Zombie-Monster. Die wollen mein Blut, weil ich jetzt mit Blut getränkt bin von den Möcken. Okay, wenn da nur die Rumpfe rumlaufen, dann kann ich nicht damit leben. Die Rumpfe hat selbst schon nichts zu tun, dass sie durch die Gegens laufen. Einfach gerade fragen, da geht's offen wieder raus. Okay, wir haben eine Feder, wir haben vier Münzen und drei Schlüssel. Halleluja, wo soll ich denn mit den drei Schlüsseln hin? Ich geh mal durch. Was ist das? Fucking Glibber-Aua. Fucking schwarzer Glibberschleim. Und ein Düschen TNT. Ja, so macht man das, glaub ich, am einfachsten. Oh, ein Schlüssel? Holy! Was kann ich jetzt los? Okay, da ist schon mal ein Schlüssel drin. Ich hab mir gemerkt, dass man das Feuer ausmachen kann. Ich sag nicht, da ist schon wieder ein Schlüssel drin. Ein Herz. Was ich nicht nehmen kann, weil ich mit blauen Herzen gesteckt bin. Okay. Ich bin einfach feuerlisch. Oh ja, in offenen Räumen nicht wieder weg. Was schießen wir eigentlich? Das Tränen? Holy. Und was macht man mit diesen Pills? Ich hol mir jetzt mal so eine Pille. Pills here. Ich hab keine Ahnung, was diese Pille tut. Ich hab sie jetzt mal mitgenommen. Ich hab auch was gemacht. Das Herz kann ich gerade nicht gebrochen, schade. Ah, hier nach wahrscheinlich schon. Okay, die Spinnen können rauszampfen. Da ist ein Rostraum. Also werden wir gleich auf jeden Fall noch mal fix die Richtung wechseln. Wenn ich sie hinkriege. Don't eat me! Oh, das war Glück jetzt. Das sind die Kleidparasiten hier. Und noch einen Schlüssel. Holy... Ich hab keine Bomben. Ich hab keine Bomben. Dammit. Hätten denn im Raum nicht einfach Bomben sein können? Pst. Scheiße. Na gut. Na gut. Erinnern ist denn, dass diese Räume... Oder diese Wege besser gesagt immer größer werden, je mehr man... Holy... Spielts! Don't eat me! Ich schmecke nicht! Ah, gut. Der Lilan ist tot. Und dem hatte ich jetzt irgendwie am meisten Schiss. Ne Bombe. Ja, kommt alles schön in der Reihe. Das ist praktisch. Wie eine Trollbombe. Troll. Trollmilchheld. Ein Coin. Ein Buch. Ein Buch. Ah, hier ist ein Koch... 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 Wow! Kann ich dieses Kochbuch später nochmal einsetzen? Oder... Ich weiß jetzt, das war die Fehler. Gibt's da so einen Zustand, der das wieder auflädt? Oder... Ich war doch jetzt im Aussprache, weil ich... Keine Ahnung, was das Ding noch machen. Und ich weiß, dass jetzt sowas passiert. Äh, gut. Äh... Scheiße. Und ich hab eine einzige Bombe. Ich werd jetzt aber nicht für die Coinen... Ja, doch nicht für die Coinen zur Posten verschwimmen. Ich weiß, wer mein Gegner sein wird. Äh... Ich mag das nicht. Gut, ich äh... Ups. Platzier das mal hier. Zack. Hm. Zang, zang. Ich geh da jetzt rein. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Widow. Äh... Mit dem hab ich auch schon Bekanntschaft gemacht. So, als ich Probe gespielt hab. Kein sehr folterischer Geselle. Ich sag's eigentlich ziemlich scheiße, weil... Er springt! Er macht kleine Nester. Aus denen die kleine doofe Spinnen kommen. Und man das lässt sich rechtzeitig zerstört. Und man dann noch mehr Probleme halt sowieso schon hat. Was? Oh, da unten jetzt zum Beispiel. Da die Felder Schöder dabei ist. Komm schon, komm schon! So. Oh, das kann ich schicken, mich da oben zu kommen. Ah, nein! Er springt mir direkt auf den Schädel. Ach, dreckig. Ah, ich hab's noch gerade erst mit mir. Ich nehm jetzt mal die Feder. Oh, nice! A radioactive spider has separated the basement. Und... Niam! Lunch! Okay... Was hältst? Okay, sie lernen sich wieder auf, so wie ich das sehe. Ich möchte die... ich möchte die Fehler behalten. You're even unlocked... Ah, you unlocked Eve! Ah, geil! Mein Charakter unlocked! Huiii! Schön! Ich hoffe, wir können ihn am Leben erhalten. A dead world of sports races. Ah, toll! Okay... Was passiert hier gerade? Kann's mir einer sagen? Oh je, oh je, oh je. Oh, Mami liebt uns nicht. Puh! Okay... Ich geh mit meinem Püppchen mal spazieren. Ach, das Ding schießt jetzt auch. Wann komme ich da eigentlich irgendwie hin? Kann ich hier aufmachen? Und einen Schlüssel? Batterie... ...ein Herz und einen Schlüssel. Was machen wir erstmal? Brauchen wir jetzt gerade, denke ich, nicht. Kann man da irgendwie hin oder fällt man da irgendwo rein? Das ist doch nicht. Ich kann ja nicht drüber drauf. Aber hab ich nicht. Okay... Und wie kommt man denn da hin? Okay... Okay, ich hab viele komische Kitzköpfe. Boah! Boah! Ich treffen! Ich hab gar keine Ahnung, wie ich hier anfangen soll. Boah! Boah! Okay, das ist gerade ein bisschen heftig. Bei wie viel helfen die denn aus? Ah, einer ist tot. Okay, Uwe. Aua! Was denn denn, wenn die mich treffen, fälle ich meine Münzen? Okay, das ist richtig fucking mies. Darüber hätte man mich vorher aufklären können. Ich muss sonst gleich ein Herz rumgehen. Okay, schön sprauben. Einer noch. Alright. In den Münzen kommen wir nicht dran. Wieso kommt man da nicht so an die Münzen? Ist halt ein bisschen doof. Was hat das hier für dobe Fliegen? Die mich ansummen. Sterben die? Ja, die sterben macht es mit diesen doofen Weißen. Die einfach so schnell nicht aufgeben wollen. Ah, ich vergewaltige gerade meine Tastatur. Oh, ein Herz. Sehr schön, danke, danke, danke. Neh mich. Ah, da ist wieder so ein Kämpferum. Da freue ich mich schon. Au! Ich musste nicht das Fliegen so wehtun. Die Fliegen, die ich kenne, tun das nicht. Oder sitzen die hier auf ihrem Scheißhaufen und sind böse, weil ich ihre Scheißhaufen kaputt mache. Aua. Dammit. Wie sterben die denn mal? Ich meine, ich muss sie nicht töten. Das sehe ich gerade, aber ich will sie töten. Einfach, weil ich es kann. Weil ich mir jetzt erstmal hier ein halbes Herz stellen kann. So. Na komm schon. Jetzt stirb! Was bist du für eine unsterbliche Fliege? Meine Güte. Die Dinger sind lästiger als diese Scheißausfliege, die man kennt. Ja, komm her, ich habe deinen Scheißhaufen kaputt gemacht. Sei böse. Sei aggressiv. Komm schon, ich weiß, dass du nicht willst. Das ist, glaube ich, gerade eine unnötige Zeitverschöne, die ich hier tue, oder? Der Kampfraum ist jetzt geschlossen. Warum? Wenn ich da noch kämpfe, oder weil die Zeit dafür abgelaufen ist? Das Ding eine bestimmte Zeitvergabe hat, wäre das natürlich auch richtig kacke. Das ist auf jeden Fall zu. Müsst... Naja, vielleicht gleich nochmal. Was ist das? Wir spielen Ränge rein. What the fuck? Ich habe hier gerade vor mir bei Pac-Man. So, einer von diesen hässlichen Visagen noch. Zack. Ohne Bombe, super. Nehme ich mit? Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Oh Gott, die mutierte Version dieser hässlichen... Au, 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 au! Die mutierte Version dieser hässlichen Mega-Fliegen gerade... Dieser Mega-Böcken der gerade... Oh, ich sterbe. Eigentlich hatte ich das jetzt nicht vor. Nehme ich natürlich so bald. Okay. Wuhu! I need some heart. Besser gesagt, I need some life. Hätte ich jetzt gerne. Nee, der Raum ist zu. Ich habe mir glaube ich zu viel Zeit gelassen. Schade. Natürlich verkackt, ne? Okay, wir gehen erstmal zurück in den Shop-Raum... ... und holen uns ein Herz. Wir haben sieben Taler. Ich wüsste gerne, wie man an die hier kommt. Ich habe allerdings... Ach nein! Ah! Super. Best thing ever... ...that I do. Ja gut, das war jetzt doof. Das war richtig doof. So. Jetzt muss man nämlich wieder warten, was ich jetzt aufgeladen hat. Kacke. Ich hoffe der Boss-Raum kommt jetzt nicht allzu schnell. Damit ich die Feder wieder nutzen kann. Also eine hässliche Scheiß-Fliege. Schön ausweichen. So, ne Bombe. Sehr geil. Nehm ich. Aber die werden immer hässlicher. Jetzt sind sie doch noch grün. Ja, natürlich und Poison. Läuft bei euch. Ihr kleinen Freaks. War super. Wer oder was ist das? Wer oder was ist das? Scheiße. Wer oder was ist das? Oh Gott ist das hässlich. Oh Gott. Vor allem ist es fucking schnell. Und ich werde nicht, ich kann nicht da lang laufen, wo das Blut ist. Wo ist das? Wo ist das? Woa. Das heißt, im größten möglichst die Radius laufen. Absolut. Sehr geil. Okay, das Blut tut uns weh. Oh mein Gott. Was ist mit diesem Herz da? Nein, ich möchte... Ich weiß nicht, was ich behalten möchte. Ich möchte diese rote Pille da behalten. Ich habe keine Ahnung, was die Pille bewirken. Deswegen, äh, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Nicht, dass ich hier am Ende irgendetwas Falsches aufgammel. Boah. Mein Herz. So leicht so. Hey, ich hab da noch halbes Leben. Und könnt für meinen Teil dringend mal was gebrauchen. Na geil, die verbannern hier zwischen Pfeusen. Läuft bei den Dingern. So, Ärsche. Das glaub ich sind Ärsche. Ärsche, Ärsche, Ärsche. Arschpilze. Das ist Pilzbefall von deinem krustigen Arsch. Okay, noch ein Coin. Was ist das für Füge? Ich behalte jetzt einfach mal die Fehler für den Boss. Auch wenn das vielleicht ein Pussyhafer wird. Aber ich behalte jetzt einfach die Fehler. Weil ich mich auch als Känger und... Aber einfach nur... Ups. Was aber halt so nehmen, nehme ich es einfach nur kurz. Teleporten. Ja, gut. Das brauche ich nicht. Da warte ich dann lieber die Fehler. Hier ist nichts mehr. Oh, ich hab nur noch ein halbes fucking Leben. Und muss da jetzt rein. Also, äh, läuft. Was ist das? Gordi Junior? Okay, das hat mir überhaupt nichts zu verfolgt. Ich hab mich vertraut. Yay! Ah ja. Wie haben wir wenigstens eine... Unlooked. Back to Main Menu. Wie haben wir wenigstens, äh... Kann ich das zeigen hier? Eve? Hier? Eve? Haben wir andere? Dead Bird, Dwarf, Babylon. Wenigstens eine. Es war nur mal ein kleiner Test vorerst. Wenn ihr irgendwelche Tipps, Tricks oder sonstiges habt, Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr mehr sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare, falls nicht. Und ähm... Mache ich es trotzdem. Weil ich will spielen. Bis dahin. Cheerio!